Ich wollte immer schon Krankenpflege oder Altenpflege machen. Es war wirklich als Jugendliche schon mein Berufswunsch und ich habe auch mit der Krankenpflege angefangen. Das war leider nicht ganz meins. Ich habe dann gewechselt hier nach Köln. Also es war damals im Ruhrgebiet jetzt hier nach Köln und es bot sich an, das hier zu machen. Also ich bin von Anfang an so herzlich empfangen worden hier auch als ungelernte Kraft. Ja, und dann hat man mir das nahegelegt, die Ausbildung zu machen und ich bin bis heute froh, dass ich es gemacht habe. Eigentlich alles, sowohl Vorgesetzte wie Kollegen, die einem immer zur Seite stehen im Team, wie auch die Bewohner, die wirklich herzlich sind und man merkt, dass man ihnen was Gutes tun kann. Es gibt einem wirklich viel Elan und macht Spaß. Schwierig. Also für uns ist es schwierig. Aufgrund der ganzen Auflagen ist natürlich viel hin und her. Man muss spontan Dienste verschieben, verlegen, neu planen, weil Kollegen ausfallen, zeitgleich den Bewohnern aber auch noch gerecht werden. Es ist schwierig, aber es funktioniert besser als gedacht. Unwahrscheinlich gut, also ich hätte mit mehr Ablehnung gerechnet, schon alleine wegen der Schutzkleidung, die wir tragen müssen. Es ist erstaunlich ruhig und gelassen, nehmen wir das eigentlich wahr. Wir kennen uns trotz Maske und der Umgang ist wie vorher auch okay. Was natürlich fehlt, sind die ganzen Veranstaltungen und das drumherum. Das fehlt den Bewohnern wie auch uns. Ich halte schon sämtliche Regeln ein, von wegen Abstand und gehe halt anstatt dreimal die Woche, gehe ich einmal die Woche einkaufen. Das beachte ich schon, aber ansonsten eigentlich sehr gelassen. Klar sieht man die Familie jetzt gerade nicht, man telefoniert, aber ansonsten, ja, man muss damit klarkommen. Also erst mal geändert hat sich, dass ich jetzt nicht mehr Pflegefachkraft, sondern auch Leitung bin, also Teamleitung bin. Ja, man muss flexibler sein, noch flexibler wie vorher schon. Also fangen wir mal oben an. Mir gefällt auf jeden Fall die Leitung hier im Haus, alle beide. Immer ein offenes Ohr. Man hat immer einen Ansprechpartner. Es ist, ja, einfach das Komplettpaket ist, so wie es sein soll. Also ich habe wirklich überhaupt gar nichts, wo ich sage, nee, das muss ich ändern. Es ist einfach, ich bin gerne hier. Ja, da ich ja schon so lange da bin, würde ich sagen, man kennt sich untereinander einfach. Also es ist eine Gemeinsamkeit, ob das nun, weiß ich nicht, die Büros sind oder auch der Gartenbau und man kennt sich, man sieht sich, man unterhält sich. Also es ist nie so abgeschottet, sondern es ist ein großes Ganzes. Weil die Arbeit hier Freude macht. Es ist nicht so abgeschottet. Aber das ist schwarze Ganzen. Also es ist hier ein bisschen schwarze. Also es ist hier ein bisschen schwarzes. Allerdings ist das ein bisschen schwarzes. Untertitelung des ZDF, 2020